Wille 7, Scheiße Ich hab Angst Die ersten zwei Damit ist eine schwere Infanterie 19 Ah, ich kann nur... Pistole Dann los Okay, durch den Regen wird's ein bisschen verstärkt Hier ist irgendjemand Verteilt euch! Findet den Kerl! Schwärmt aus! Durch den Dall 13 5 auf 1 Schlag Geil Auschwärmen! Alles versuchen! 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 12 12 14 15 15 12 12 18 15 15 15 14 15 Es kommt gleich Besuch. Oh yeah. Ach die kommen jetzt von der Richtung. Hier ist ein Eindringling. Beginn mit der Suche. Ein Eindringling. Los, findet ihn. Ach an diesem Band komme ich gar nicht. Komm her, wir müssen suchen. Okay. Auschwärmen, alles durchsuchen. Da drüben irgendwas entdeckt. Ach, rechts gefunden. So ein Glück, dass ich fünf auf einmal töte, habe ich natürlich jetzt bestimmt nicht. Was machst du denn da in der Ecke? Aufwärmen, alles durchsuchen. So lange bis gegen gefunden haben. So lange bis gegen gefunden haben. Los, alle abrücken. Beginn mit der Suche. Fünfzehn. 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 Suchen wir gemeinsam, sichere dich. Zack! Da drüben! Jemand schießt! Jetzt geh doch hoch! Ich rede mit mir! Nein! Ich rede nicht mit dir, du bist böse! Beile sieben! Es wird in 5 Sekunden zu Feinkontakt kommen! Ach, kacke! Was machst du? Was machst du? Das war mal ganz ernsthaft, am Anfang hat er mich gefragt, willst du bei Welle 6 anfangen oder willst du Mission starten? Ich suche nun mal starten. Super, hat nichts gebracht. Komm her, wir müssen suchen! Beginnen alle mit der Suche! 20 Naja, die werden sicher auch von der anderen Seite kommen. 19 Da oben wäre auch ein gutes Versteck. Aber irgendwie kommt man ja da nicht hoch. Nur an bestimmten Stellen. Sagt eigentlich ja der Punktestand. Nicht viel. Das ist hier eigentlich die sicherste Stelle. Man kann sich da drinnen verschanzen. Oh ja, es bildet sich wieder ein Haufen. Warte, röcke, da ist ja irgendwo! Los, 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 go, 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 go. Hier ist was. Sucht weiter! Nein, ich will sie präziser setzen. Verdammt. Hey, hier ist mir nichts. Okay. Hier, geht mal hier hin. Hier, geht mal hier hin. Macht's gleich. Bumm. 16 Ist er wichtig denn überhaupt? Ist das der Helm ab? Also wenn die jetzt genau hier rein, eine Granate werfen können. Wow. 12 Warten. Die Stunde ist ja noch nicht voll. Hätte ich jetzt ungefähr gleich zwei Wellen, wenn ich es jetzt schaffe, zwei Wellen, in 40 Minuten. Wundert mich, dass keine Drohmpiloten hier sind. Halt die Augen auf, der muss noch hier sein. Die Beine hier. Woa. Verdammt. Munitionen habe ich ja genug. Woa. So. So. Moin. Bam. Okay. Ricopter, Rauchgranate, Blindgranate... Bein, bein! Ein Tiefflieger mit Anmarsch von hinten Also, Splinter Cell ist nochmal abgestürzt und ich habe mich nochmal vorgekämpft an der Position wo wir waren Welle 7, noch 9 Gegner übrig, also wundert euch jetzt nicht wenn irgendwas mit den Punkten anders ist Oder ich noch ein paar Minen mehr habe jetzt wieder Irgendwie konnte Uplay nicht sehen, dass ich so schlecht bin Es ist einfach mal abgestürzt Okay Und ich bin noch im ersten Durchgang der Welle 7, also die 300 Bonus könnten wir noch kriegen Das ist so ein richtiges Camperfeld hier So ein Charge-Schützengewehr wäre jetzt hier auch nicht schlecht, das könnte ich mir sogar holen Das könnte ich mir sogar holen Das könnte ich mir sogar holen Okay, keine Drohnen in der Nähe Noch 8 Gegner Hm Augen auf, er könnte überall sein Da ist er Da ist er Und wieder hier rein Und wieder hier rein Irgendeiner schießt Wo ist er? Hier ist er irgendwo Sekunde Danke Ich bin schon Und wieder rein Mi mi mii! Mi mi mii! der hat einen schnellen abzug alter ich könnte mal gucken hier paar herausforderungen hatte ich ja noch bei der ersten aufnahme hatte ich schon eine menge fertig gemacht aber den hatte ich noch nicht nachkampf kills noch ein nahkampf kill das sind gleich wieder 100.000 ecken stromgewehr kills 15 ok komm ich brauche dabei hilfe suchen wir jetzt läuft in den schocker rein als müssen wir er das war vorerst der letzte von dem nicht unvorsichtig werden die bereiten den nächsten angriff vor sauber wir alles voll es kommt gleich besuch